Hi ihr Fischlinge, bevor dieses kleine aber feine Video losgeht, wenn dir oder euch gefällt was ihr hier seht, dann könnt ihr sehr gerne dieses Video positiv bewerten, sehr gerne auch ein oder mehrere Kommentare schreiben, wenn ihr noch was wissen wollt, was beizutragen habt oder ein Wunschthema habt und wenn ihr ganz ganz cool seid, könnt ihr auch sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Und jetzt Intro und dann legen wir los. Ja, loslegen nicht so ganz. Ich weiß, was war denn da? Ach richtig, das gab's letzte Woche. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen aber kleinen Folge meinerseits oder einer kleinen aber neuen Folge meinerseits, wie ihr es wollt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zwar, naja, gibt's heute ein bisschen was zu tun und zwar werden wir, hier auf der Seite könnt ihr es sehen, meinem aktuell größten Aquarium zu Leibe rücken. Das hat die Maße 180 mal 60 mal 60 Zentimeter, also schon in fetter Brocken, auch wenn sicherlich einige von euch einen größeren Brocken zu Hause haben, aber vielleicht habe ich mit was angefangen, was ich schon Jahre anteaser und vielleicht ist das bald nicht schon mein größtes Aquarium. Aber das gibt's erst in der Zukunft und zwar werden wir heute diesem Aquarium zur Leibe rücken. Meine Phosphatwerte und Nidratwerte explodieren da drin, es wird Zeit, die Filter zu reinigen und da hat sich einiges drin vermehrt und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie für die Jungfische wieder vielleicht abkechern, weil die Labiotrophäuser haben da ganz schön losgelegt und ich bin gespannt. Also, nicht lang schnacken, los geht's. Bevor wir natürlich jetzt loslegen können, wir müssen das Becken leer räumen und dafür müssen wir jetzt erstmal abdecken, dann holen wir hier die Lampe runter und dann werden wir mal die Abdeckung runterholen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Ich stelle euch die Kamera während des Videos natürlich immer mal wieder ein bisschen um. So, machen wir erstmal die Abdeckscheiben runter. Die sind, falls es jemand interessiert aus Glas, aus dem Grund, also von meiner Erfahrung her, ja, Glas ist empfindlich, bricht natürlich verkratzt leicht, aber Preis-Leistung ist bei Styropor, würde ich sagen, bei Plexiglas ungefähr gleich, auch wenn sich Plexiglas wesentlich einfacher selber schneiden lässt, aber Plexiglas hat einen großen Nachteil und zwar mit der Zeit, wenn Plexiglas immer wieder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, fängt das an, anzulaufen und wird irgendwann milchig trüb und das passiert euch bei Glasscheiben, sofern ihr die regelmäßig sauber macht, natürlich nicht. Von daher benutze ich lieber Glasscheiben, aber ist euch überlassen. So, dann legen wir das hier mal ein bisschen hier hin und dann werden wir jetzt anfangen, dieses Becken auszuräumen. Und zwar liegen hier solche Kalksteinplatten drin und die sind mittlerweile ganz schön veralkt, was aber jetzt nicht sonderlich dramatisch ist, da die Malawis das teilweise auch abraspeln, gerade die Labioidrophais, beziehungsweise die Schabermordbuntbarsche, die da drin sind. Und ja, von daher sind auch ein paar Algen willkommen, sind nicht schlimm, ist gar kein Thema. Und merkt euch eins, auf diesem Planet läuft nicht viel ohne Algen, auch wenn ihr im Aquarium keine Algen optisch jetzt so seht, sind immer Algen vorhanden und Algen sind auch nicht Schlimmes. Die Nahrungsgrundlage für viele Fische und einer der Grundbausteine, dass das Leben auf diesem Planet überhaupt so funktioniert, wie es nun mal eben funktioniert. Also, Algen sind eigentlich Freunde. Und in dem Fall auch Futter. So, ich werde diese Platten dann jetzt einfach da rausnehmen, muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Normalerweise ist es physikalisch nicht möglich, mit einem größeren, schwereren Stein einen Fisch zu zerquetschen, weil der Stein natürlich, wenn er mir jetzt aus der Hand fällt und das Wasser wegdrückt, drückt er natürlich mit dem Wasser auch den Fisch drunter weg. Und so kann man eigentlich mit einem großen Stein keinen Fisch totwerfen, beziehungsweise zerquetschen, wenn er reinfällt. Wenn er natürlich ruckartig runterrutscht, dann wird es gefährlich, von daher immer ein bisschen aufpassen, weil natürlich Fische verletzen oder sogar töten wollen wir natürlich auf keinen Fall. So, ist natürlich immer so ein bisschen Nerven aufreiben, die ganzen Steine hier rauszuholen. Ist auch einiges an Gewicht, was hier zu bewegen ist, aber die Labäus gehören zu den felsenbewohnenden Arten. Also nicht nur scharbe Maulbuntbarsch, weil sie das Maul in einer speziellen Form haben, um den Untergrund abzuraspeln. Sprich, der Oberkiefer ist länger und ist wie eine Art Kamm mit Zähnen, wo man kratzen kann. Und so Algenpartikel oder halt auch Kleinstlebewesen so vom Untergrund abbekommt und die dann fressen kann. Von daher ganz gut und hier in der Region, wo ich bin, liegt alles voll mit diesen Kalksteinplatten. Da kann man sich die selber suchen gehen oder für ganz, ganz kleines Geld kann man sich die auch kaufen in der Baustoffhandlung. Und ja, ist natürlich Kalkstein, klar, härtet das Wasser auf. Also wenn er jetzt den niedrigen pH-Wert anstrebt oder so weiter, sind solche Steine natürlich jetzt eher nichts. Aber in einem Malawi-Becken ist das voll und ganz okay und man schafft damit natürlich auch Verstecke für die Tiere. Und das ist ganz wichtig, weil auch wenn die felsenbewohnenden Arten eher relativ ruhig sind, haben die aber auch ganz schön Feuer im Hintern und zu wenig Deckung führt dazu, dass die schwächeren Tiere sich nicht verstecken können oder den stärkeren Tieren sprichwörtlich nicht entkommen können und dann kommt es zu Todesschälen. Von daher sollten genug Verstecke vorhanden sein. Und auch wenn es hier ein Zuchtkeller ist, versuche ich es den Fischen natürlich so angenehm wie möglich zu machen. Habe nicht so gut den Überblick, was da drin jetzt aber auch nicht so dramatisch ist. Und ja, Nachteil, ich muss jedes Paar die ganzen Steine rausbauen. So, dann quatsche ich mal jetzt nicht ewig lange, weil wir haben noch ganz schön was vor uns und da sind schon ganz schöne Brocken drin. Ich habe zwar auch mit Kunststeinen gearbeitet, wobei ich da mittlerweile gar nicht mehr so zufrieden bin beziehungsweise da teilweise mir nicht ganz sicher bin, ob die nicht doch irgendwie was abgeben könnten. Einem Becken habe ich ein bisschen Probleme, das ist ein bisschen seltsam, aber das können auch andere Parameter sein. Wenn ich was rausgefunden habe, werde ich euch auf jeden Fall davon berichten. So, jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge Kram raus und es ist jedes Mal bemerkenswert, dass da eigentlich super viele Fische drin sind und es sind nur noch ein paar Steine drin und alles ist irgendwie weg und man sieht fünf, sechs Fische. Dabei sind es viel, viel mehr. Also es sollten mindestens 40 Fische da drin sein, eher mehr. Und ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt, wie viele Jungtiere da auf die Welt gekommen sind und ob es vielleicht auch noch was anderes wie Labrios sind. Und vielleicht haben wir ja auch Glück, da sind ja auch Kuckuckswälze drin, beziehungsweise Synodontes Multipunktatus und vielleicht entdecken wir ja auch noch einen kleinen Multipunktatus, der sich da irgendwo bisher meinem geschulten Blick entzogen hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, jetzt so langsam. Das ist einer der schwersten Steine. Da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn der fällt. Dann war es das mit dem Aquarium. So, haben wir das. Dann nehmen wir jetzt hier an der Seite mal die Steine weg. Die eine Glasscheibe lasst nicht drauf liegen, sonst habe ich ein bisschen Angst, dass mir die Lampe ins Wasser fällt und das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Aber ganz so kurz sind die Arme ja Gott sei Dank nicht. Und ich komme in die Ecke, zumindestens so die Theorie. Und dann werden wir da Wasser absaugen. Ich habe jetzt einen kleinen Denkfehler. Eigentlich hätte ich auch vorher Wasser absaugen können. Aber da habe ich gerade nicht so ganz drüber nachgedacht. Aber wir nehmen hier aus der Ecke die Steine noch weg und dann lassen wir schon mal Wasser ab. Wir werden hier jetzt ziemlich tabula rasa machen. Also beziehungsweise doch einen relativ großen Eingriff. Da wir aber hier an dem Aquarium drei Filter haben, also zwei Schwammfilter, einen auf der linken, einen auf der rechten Seite und hier hinten noch einen Eheim Außenfilter, den Professional 2. Den werden wir in Ruhe lassen und werden nur die zwei Schwammfilter machen und dann in einigen Wochen werden wir den anderen Filter machen. Und dann habe ich hier auch kein Problem, dass mir hier irgendwie ein Ungleichgewicht entsteht beziehungsweise ich so viele Bakterien hier dann in Anführungszeichen platt mache, dass ich mich noch mal in der Einlaufphase katapultiere und hier dann Nitritpiek oder sowas fürchten müsste. Und wir haben natürlich auch hier jede Menge Sand drin und auch in dem sind jede Menge Mikroorganismen. Also hier muss man schon ganz schön reinhauen, um das Becken biologisch noch mal platt zu kriegen. Aber ist grundlegend möglich. So, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Platz. Platz ist ja immer sowas, was in dem Keller hier echt ein Problem ist, beziehungsweise euch die Kamera zu positionieren, dass ihr auch nicht nur mich seht oder nur das Aquarium, sondern nach Möglichkeit alles und auch was ich mache. Und zwar, um jetzt hier einen Schlauch und eine Kunststoffklemme, die gibt es für wenig Geld in den Baumarkt oder halt auch online, wenn ihr keinen Bock habt in den Baumarkt zu laufen. So, und jetzt werde ich hier in der Zeit, wo wir die Steine raus machen, schon mal ein bisschen Wasser absaugen, dann hänge ich auch nicht bis zur Achse im Wasser. Und die Filter, so wie die kleinen Fische rausfangen, ist dann auch wesentlich einfacher. So, einmal angesaugt. Und hier unten in der Tonne den Schlauch festgemacht. Und jetzt gucke ich mal. Ja, sehr gut. Die Pumpe läuft, bevor ich hier wieder eine Überschwemmung mache. Das passiert ja nie in meinen Videos. Ja, ich weiß, das passiert sehr, sehr oft. Aber vielleicht habt ihr ja heute Glück. Und ich flute nicht den Keller. Okay, jetzt haben wir noch die drei ganz großen. Und hier hinten in der Ecke haben wir noch jede Menge Steine. Die schnappen wir uns jetzt hier auch immer noch. Weil sie natürlich jetzt da hinten dran stehen. Und die graben natürlich auch ein bisschen Löcher. Also wir müssen auch diese großen Steine da rausholen. Weil Buntbarsche sind sehr, sehr intelligent. Beziehungsweise gehören zu den intelligentesten Fischen. Und wenn irgendwo noch ein Versteck ist, dann sitzen die dort und verstecken sich dort. Und wissen sehr, sehr gut, wie man sich mit dem Kescher entziehen kann. Das habe ich schon sehr, sehr oft gemerkt. Und über die Jahre gelernt, dass man in einem voll eingerichteten Becken in der Regel nicht wirklich Erfolg hat, Buntbarsche zu fangen. Okay, die haben wir raus. Jetzt bleiben noch die drei Riesenklopper. Fangen wir mit dem kleinsten an. Ja, da sitzen sie nämlich drunter. Die hätten wir niemals rausbekommen, solange der Stein drin ist. So. Einen hätten wir. Sollte ein bisschen mehr trainieren gehen. Es reicht mir jetzt eigentlich schon gerade als Kraftanstrengung. So. Hier mal noch gucken. Wie wir den hochgewuchtet kriegen. So. Gut, da saß man nichts drunter. Aber der ist super, mega schwer. Ich schätze, dass der Stein bestimmt 20 Kilo hat. Ich sollte nicht so schwere Steine nehmen. Aber ich bin es ja selber gewesen. Also kann ich mich schlecht über jemanden aufregen. Aber sie sind halt wirklich gut, um hier drin was zu bauen. So. Einen haben wir noch. Bisher sehe ich mal keinen Kokokswels. Aber vielleicht sitzt hier unter dem letzten Stein noch einer. Und ja, da sind jede Menge kleine Labios drin. In vielen unterschiedlichen Größen tatsächlich. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was da so drin ist. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob einer richtig rät. Wie viele Jungfische die hier rausschnappen. Ach, deswegen läuft hier kein Wasser mehr. Klar hochgerutscht, aber immerhin nicht raus. Das ist schon mal viel wert. Nehmen wir uns mal noch eine Klemme. Und klemmen das hier so ein bisschen fest. Wenn es denn, wenn die Klemme zu klein ist, eine größere nehmen. So. Jetzt rutscht hier auch nichts mehr raus. Schlauch nochmal anheben und dann läuft es auch wieder. Sehr gut. So, das Ganze läuft natürlich in den Bottich. Den habt ihr ja schon gesehen. Also falls ich jetzt durch den großen Schlauch doch einen kleinen Fisch absaugen sollte, geht der da unten in diese Tonne und ich kann den da rausfangen. Der kann auch dort nicht abgesaugt werden oder so. Also außer, dass er eine kleine Rutschpartie eventuell erfährt, kann ihm nichts passieren. So. Den letzten Stein. Das war mutig. So. Stein haben wir raus. Wasser kann laufen. Und jetzt schnapp ich mir mal die Kamera und dann zeige ich euch mal, was zu tun ist und die Fische da drin. Weil ich glaube, ihr könnt das gar nicht sehen mit dem ganzen Licht. Gut. Also hier haben wir uns einen Eimer vorbereitet für die Schwämme zu waschen. Also hier die Schwämme, die hier hinten drin sind. Also da. Ja, die Schwämme. Und hier haben wir noch den eckigen Eimer für die ganzen Jungfische, die da drin rumkreuschen und fleuschen. Die sollen nämlich da raus und das sind tatsächlich eine ganze Menge. Und hier sind Jungtiere von denen hier. Von den Labiodrophäus, Tumbivest, oder Labiodrophäus, Trevasai, Tumbivest, OB. Das ist ein Männchen und die Orangen sind die Mädels. Dann ist da noch ein Yellow Männchen und ein Yellow Weibchen drin. Also hier, der Labidochrom ist Cairoleus, Cacusa, da das Männchen, hier das Weibchen und ein paar Shilumba sind noch drin. Die habt ihr im letzten Video, letzte Woche gesehen, bei der Zierfischfarm Jung. Das hier sind die Mädels und hier hinten ist das blaue Männchen, der eben auch schon Anstalten gemacht hat, sich so einen kleinen Einzug verleiten. Und hier sind natürlich die Kuckuckswölze, beziehungsweise das Multipunktatus. So, dann geht es mal ans Kächern. Wir saugen noch ein bisschen Wasser ab. Und dann werden wir den Filtern zur Leibe rücken. Also hier stehen auch zwei Schwämme, genau wie in den anderen Becken auch. Und die haben es jetzt dringend mal nötig. Und auch hier hinten in der Kammer ist einiges an Schmur da. Und der muss jetzt da auf jeden Fall dann auch mal raus. Und die Scheibe müssen wir sauber machen. Auch hier wächst überall Eigenscheißdreck, der jetzt so langsam auch sich nicht mehr bändigen lässt, weil Phosphat und Nidrat da drin ein bisschen explodiert irgendwann, weil einfach zu viel Schmutter in den Filtern ist. Okay, ich stelle die Kamera wieder hin und dann geht es los mit dem munteren Kescher. Um jetzt aus diesem Aquarium auch was rauszukriegen, weil es ist doch eine Nummer größer. Und mit so einem kleinen Mininetz brauchen wir da nicht kommen. Ich nehme mir nicht nur ein großes, sondern direkt zwei große Netze. Mit einem werde ich die Fische treiben. Und mit einem Kescher, den werde ich fest platzieren und werde sie in diesen Kescher hineintreiben. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Könnt ihr euch merken, diesmal keine feinen Meerwassernetze, weil die Fische, die da drin sind, nicht so empfindlich mit der Haut sind. Und dann man auch die Netze holen kann, weil ich muss hier ein bisschen schneller sein. Weil Malawis sind Torpedos, die sind ganz schön flott unterwegs. Und ja, gucken wir mal mit so einem Meerwassernetz. Das ist ja super fein und Tiere, die eine empfindliche Haut haben, lassen sich auf jeden Fall damit besser fangen. Aber man ist nicht sonderlich schnell damit, weil das natürlich auch einen gewissen Wasserwiderstand hat. Zwei Stück habe ich schon. Gucken wir mal. Am Anfang geht das natürlich alles ein bisschen einfacher, weil die es noch nicht so ganz gerafft haben. Das war ein kalter. Ne, wir haben jetzt so langsam, ist auch schon vorbei, dass man mit einem Kescher hier keschern kann. Okay, drei Stück haben wir. Ich werde die mal in den Eimer setzen und euch natürlich dann nachher zeigen, was wir erbeutet haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob einer von euch in den Kommentaren richtig liegt. Aber bitte nicht schummeln. Was wir ein bisschen drauf aufpassen müssen, die Kuckuckswälse, die haben Stacheln. Und mit den Stacheln können die in so einem gröberen Netz hängen bleiben und sich da verletzen. Das wollen wir natürlich nicht. Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht in den Kescher kriegen. Beziehungsweise, wenn sie schon vielleicht in den Kescher schwimmen, dass sie sich dort nicht verhaken. Weil da können wir den Tieren wehtun, beziehungsweise die verletzen. Wenn man es richtig übertreibt, könnte man ihnen sogar die Flosse brechen oder wirklich ausrupfen. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, hier sind jetzt ein paar größere noch drin. Die lassen wir vorsichtig schwimmen. Und das sind doch mehr, wie ich gedacht habe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Muss ich selber mal zählen. Okay, wir sind fast zweistellig. Wenn ihr weniger getippt habt, ist jetzt schon mal raus. Weil zweistellig sind wir auf jeden Fall. So, Vorsicht. Hier haben wir noch zwei Stück. Okay, zweistellig sind wir. Das sind wirklich eine ganze Menge und verschiedene Größen. Also, hier hat sich einiges drin vermehrt. Ich lasse die aber momentan auch drin. Weil jetzt momentan nicht der Plan ist, Labeos zu ziehen. Beziehungsweise nicht in großer Menge. Und das, was hier von alleine hochkommt, das reicht eigentlich für die Nachfrage im Moment zu befriedigen nach diesen Tieren. Von daher lasse ich sie aktuell da drin. Und wie ihr seht, kommt hier auch einiges durch. Hier haben wir noch zwei kleine. Okay, das war sehr schlicht. Einen haben wir. Zack. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viele es sind. Na ja, können wir gleich noch mal gucken, wie viele. Ich glaube, wir sind jetzt bei 15, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wo sind noch welche? Da hinten ist noch ein kleiner. Beziehungsweise noch ein größerer und ein kleiner. Na, zack, rein mit dir. Noch einer. Ja, und jetzt sitzen sie. Deswegen gesagt, wenn irgendwas drin ist, dann verstecken sie sich dort. Jetzt sitzen sie natürlich hinter dem einzigen Teil, was noch Schutz bietet. Und zwar der Filteranlauf. So, komm mal raus, mein Hübscher. Ich mag dich nicht. Ich mag nur den kleinen. Ich mag Labrios tatsächlich sehr, sehr gerne. Leider ist es aktuell oder mittlerweile so, dass Malawis zumindest im Moment nicht mehr so geschätzt werden. Und viele Leute einfach nicht bereit sind, da dann auch einfach das Geld zu bezahlen, was ein anständiger Malawi oder seltene Arten halt einfach auch wert sind. Oder was man, wenn man qualitativ züchtet, einfach für diese Fische nehmen muss. Und von daher nehmen viele Leute von Malawis Abstand, weil sie auch Probleme haben, ihren Nachwuchs loszuwerden oder halt oft für, ja, Spottpreise. Und da hat natürlich keiner Lust drauf. Auch ich habe Malawis unter anderem reduziert, weil es immer schwieriger wird, hier dann einfach auch das Geld für die Tiere zu bekommen. Was sie halt einfach wert sein müssen. Und, ja, nur drauflegen soll nicht sein. Ihr wisst, ich mache das jetzt ohne Gewinnabsicht. Aber wenn man, sagen wir jetzt mal, 3 Euro für den Weg bekommt und selber hat er durch 10 Euro gekostet, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Ich denke, das versteht ihr. Von daher konzentriere ich mich jetzt eher mal ein bisschen auf ein paar andere Sachen. Ich will auch meinen Horizont erweitern. Und einfach mir auch selber beweisen, was ich noch so ziehen kann. Weil viele Malawis, gerade die Standardarten, das macht sich relativ von alleine. Auch wenn man da selektiert und dementsprechend passende Tiere als guter Züchter zusammensitzt, macht sich da vieles von alleine. Das sollte jetzt eigentlich der Letzte sein, da war doch noch einer. Okay, ich war zu gierig. Ich wollte beide und es hat geendet mit keinem. So, einen haben wir. So. Dann haben wir beide. Zack, zack. Rein mit dir. Und jetzt noch einmal scannen, ob ich auch wirklich alle habe. Das sieht schwer danach aus, dass ich alles erwischt habe. Und jetzt kommt die Reinigung als nächstes. Dazu so ein JPL-Plankey-Schwimmchen. Keine Werbung. Ich benutze die Dinger sehr, sehr gerne. Eignen sich auch sehr, sehr gut für so hartnäckigen Schmutz. Geht sehr, sehr gut damit. Und dann kann man dann auch diese hartnäckigen grünen Punktalgen, kriegt man damit sehr, sehr gut weg. Und ich muss jetzt auch nicht mehr mit dem ganzen Arm im Becken hängen. Beziehungsweise schon, aber ohne eine nasse Achsel zu haben. Und das ist dann schon wesentlich angenehmer. Und dann kann man hier auch mal nochmal durch die Scheibe gucken. Man hat nicht überall Algen da dran. Auch die Rückscheibe ist ein bisschen voll. Da müssen wir leider ein bisschen krabbeln. Das hier oben drauflegen. Und da hinten dran zu kommen. Seid ihr eigentlich alle sehr, sehr groß? Oder seid ihr eher auch klein, so wie ich? Das würde mich mal interessieren. Habe ich immer wegen große Aquarianer bei den Fischlingen? Oder seid ihr auch alle eher so klein? Ich bin, für die, die es nicht wissen, 1,66. Also für die 1,70 hat es nicht gereicht. Aber man sagt ja, Dinge wachsen so lange, bis sie perfekt sind. Machen wir uns nichts vor. Ist kein Thema, klein zu sein. Aber es würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie groß ihr seid. Würde mich wirklich interessieren. Und dann gehe ich mich wieder schämen, weil ich der einzige Zwerg bin. Großteil weg. Und jetzt machen wir hier vorne den Sand mal weg. Weil hier vorne durch die Scheibe kommt natürlich Licht durch. Und dann wächst vorne direkt an der Scheibe. Unterm Sand wachsen auch Algen. Die möchte ich natürlich auch weg haben. Aber man sollte mit so einem Kratzschwamm, nein, nicht umfallen, sollte man natürlich auch nicht in den Sandboden gehen. Weil sonst sind Kratzer vorprogrammiert. Und jetzt hänge ich im Becken. Hallo. Hört sich bestimmt, muss ich an. Dann haben wir hier vorne. Jetzt mal weg. Und jetzt können wir hier unten dann auch putzen. Dann rücken wir gleich ein Stück weiter. Dann machen wir hier mal ständig sauber. Das ist immer so eine Sache, da muss man ein bisschen kontrollieren. Sehr von Vorteil ist, wenn man sowas nicht ganz alleine macht, so wie ich jetzt. Und man hat jemanden, der von außen halt einfach guckt und sagt, da ist noch was, da ist noch was. Weil so von oben sieht man es leider sehr, sehr schlecht. Ein bisschen hartnäckigen Schmudder. Oh, das war knapp. So. Das hätten wir. Wir machen hier eine Kontrolle. Ja, da ist nämlich noch. Wasser haben wir jetzt genug. abgesaugt und dann können wir hier gleich auch mal die Scheibe ein bisschen ziehen und können hier in der Ecke auch machen, weil da ist mein Arm dann jetzt doch nicht mehr lang genug. Da darf das Ganze nach unten kommen und die Lampe fällt trotzdem nicht rein. Gucken wir hier. Ja, da ist noch ein bisschen und hier ist noch. Da ist noch. Das schieben wir noch mal zurück. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier in die Ecke. Dafür müssen wir unsere Steine ein kleines bisschen wegschieben, dass sie ein bisschen näher kommen, dann müsste das erweichen. Es gibt auch für diese Schwämme noch einen Stab tatsächlich, wo man die einklicken kann. Also hier oben ist so ein Ding für einzuklicken, aber ich arbeite nicht so gerne damit. Ich finde, man hat nicht so richtig dann genug Handling oder in Anführungszeichen Gewalt, um so hartnäckige Algen dann wegzuschrubben. Also ich kriege es nicht so gut hin. Ist aber trotzdem eine feine Sache. Ich warte, wenn man vielleicht ein noch größeres, geschweige denn ein höheres Becken hat. So. Es sollte hier dann so langsam auch alles weg sein. Da ist noch ein kleines bisschen. Aber wir lenden uns dem Ende zu. Zumindest bei der Scheibenreinigung. So. Was hätten wir noch einmal Kontrolle? Ja. Großteil ist weg. Jetzt haben wir den Bodengrund noch mal richtig. Sie werden zwar sowieso wieder graben, aber machen wir ihn halt eben mal nochmal. Ein bisschen Arbeit, lockern den Bodengrund. Und ein bisschen auf. Und dann haben die auch wieder was zu tun. Naja. Es wird langweilig. Ich finde es den Fischen hier im Keller definitiv nicht. Es ist immer was zu tun. Der ist natürlich jetzt ein kleines bisschen trüb. Das ist aber nicht schlimm. Das sammelt der Filter nachher nochmal auf. Und jetzt geht es an den Filter. Den Außenfilter lassen wir laufen. Und jetzt nehmen wir die Schwammfilter raus. Ganz vorsichtig, dass nicht alles wegkommt. Vorsichtig das Wasser rauslaufen lassen. Und man sieht hier schon, dass hier eine Menge, Menge Schmodder drin ist. Sonst wird wirklich Zeit, den sauber zu machen. Dann merkt ihr doch, der ist nicht nur schwer, weil da Wasser drin ist, sondern einfach, weil da Schmodder drin ist. Einmal posieren mit dem Schwamm. So, und dann kommen die hier in den Eimer. Dazu stelle ich euch mal die Kamera gleich um. Dann schnappen wir uns noch den Schwamm hier. Hier. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Schmodder im Becken. Macht aber nichts. Und jetzt merkt man auch direkt, dass das Stück hier wesentlich leichter ist, wie das andere. Weil vorne der meiste Kram drin hängt. Ich stelle das hier mal ins Waschbecken. Und jetzt stelle ich euch die Kamera um. Und dann waschen wir mal und gucken mal, was da so alles drin ist. Waschen, waschen, Filterreinigung habt ihr ja die letzte Zeit kaum auf meinem Kanal gesehen. Nein, habt ihr sehr, sehr viel gesehen. Aber ich bin gespannt. Und ihr seht, das ist tatsächlich so ein bisschen grüne Brühe sogar. Weil hier auch sehr, sehr viel pflanzlich gefüttert wird wegen dem Latios. Und es war wirklich sehr, sehr nötig. Es ist wirklich ganz schön viel Schmodder drin. Das war nötig. Das war richtig nötig. Der Schwamm ist richtig dicht. Und merkt das richtig beim Drücken. Dass da definitiv viel zu viel Schmodder drin ist. So, den groben Dreck haben wir raus. Nehmen wir uns mal den anderen. Den mal noch ein bisschen. Ja, der ist viel, viel leichter. Also man sieht es, dass ich jetzt auch hätte den nach vorne schieben können. Aber wir machen sie jetzt beide ein bisschen sauber. Da da so viel Biologie in diesem Becken ist, dass das jetzt echt kein Drama ist. Da mal ein bisschen volle Bulle reinzuhauen. So, das hätten wir. Kippen wir mal Wasser weg. Und holen uns ein bisschen Neues. Dann machen wir die nächsten Filter sauber. Weiter geht's mit der anderen Seite. Was man hier sehr, sehr schön merkt. Die ist zwar auch richtig voll. Aber dass der Außenfilter da dran hängt. Und das ganze Material in die linke Ecke des Becken pustet. Da ist ein Diffusor drauf, dass da ein bisschen Strömung in dem Becken ist. Dass der Filter auf der linken Seite deutlich voller ist. Mit Dreck. Weil der meiste Dreck eben dorthin gesprüht wird. Oder durch die Wellen bewegen dorthin gerät. Aber auch das ist völlig normal. Aber auch der Filter hat es dringend nötig. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass hier mittlerweile die Werte explodieren. Auch wenn es immer noch in einem Rahmen ist, dass den Fischen nichts passiert. Aber da sind natürlich auch dann Stoffwechsel, Abfälle und so weiter drin. Und das sind alles Stoffe, die sich negativ sowohl auf das Immunsystem, wie auch auf das Wachstum und so weiter auswirken. Von daher umso sauberer das Wasser, umso besser. Ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich vielleicht mir noch Glasperlenfilter zulege, um einfach die Keimer in meinen Becken zu senken und darüber auch was zu machen. Weil Glasperlenfilter haben wohl die meisten noch nie gehört oder gar nicht auf dem Schirm. Und das ist wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Und nachweislich kann man da biologisch einige sehr coole Schweinereien machen. Schweinereien in Anführungsstrichen. So, und zack, der vierte Schwamm. Noch einmal. Und dann sind wir damit auch fertig. Den haben wir den gröbsten Schmodder da mal raus gemacht. Und das ist ja auch Sinn der Sache. Okay, das war's mit den Filtern. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir sie wieder einsetzen. Dann setzen wir mal die Filter wieder ein. Ich habe hier hinten jetzt mal ein bisschen den Sand noch weg gemacht, der sich da jetzt reingezogen hatte. Dass wir nicht Sand da hinten dran haben, habe die Steigrohre mal auf die Seite gemacht. Erstens mal, dass wir mehr Platz haben, die da rein zu kriegen. Und um halt auch besser zu sehen, dass sich in diese Filterkammer kein Viech da mit rein manövriert. Und dann da hinten drin stecken würde, das wäre doof. Das wollen wir natürlich nicht. Nur einer ist drin. Und Schwamm Nummer zwei. Das geht natürlich jetzt noch ein bisschen Schmodder raus. Das können wir nicht verhindern. Und jetzt müssen wir hier unsere Steigrohre wieder rein machen. Und dann ist der erste Filter schon wieder einsatzbereit. Sehr schön. Auf zum Zweiten. Die andere Seite. Eine haben wir. Kommen wir auf die andere Seite. Auch die habe ich jetzt sauber gemacht. Ich habe geguckt, dass sich da alle Viecher raus verkrümeln. Und dann positionieren wir die Schwämme wieder. Ohne sich hier abzulegen. Noch einer. Und der nächste. Ist wirklich kinderleicht mit so Schwammfiltern. Ist eine wirklich super Sache. Einfach zu handeln. Ewig lang keine Wartung bzw. keine Reinigung wirklich nötig. Einziger Nachteil. Man hat halt Filter im Becken. Das sieht nicht so schön aus. Und wenn man ihn halt rauszieht, hat man immer zwangsläufig ein bisschen Schmodder dann doch im Becken, wie ihr das jetzt hier seht. Was nicht schlimm ist, aber ist ein bisschen schmoderig. So. Jetzt nochmal die ganze Technik da hinten rein. Und dann können wir auffüllen und währenddessen die Steine wieder reinsetzen. Und dann gucken wir mal, wie viele Fische wir da jetzt eigentlich abgefischt haben. Bin gespannt. Let's get ready to rumble. Leute, ich glaube, ich bin schon wieder krank. Ich glaube, ich habe Fieber. Ist irgendwie ein bisschen schwindelig. Naja. Die großen Steine habe ich schon drin. Hier in der Ecke habe ich schon die Steine hingebaut, dass wir die Scheibe hier rüber schieben können, dass ich euch ein bisschen Licht machen kann. Und jetzt kommen die restlichen Steine nochmal rein. Das Schöne ist, wenn man sowas neu macht, dann bricht man immer die Reviere ein bisschen auf. Das heißt, die Fische suchen sich dann neue Reviere, beziehungsweise wenn man dann auch Tiere entfernt, dann ist da immer nochmal so ein bisschen Rangfolge. Dann haben die Tiere was zu tun. Dann kann man auch gewisse Streitigkeiten aus dem Weg schaffen. Also wenn ihr zum Beispiel neue Fische einsetzt, gerade wenn es Bündbarsche sind oder so, kann es immer vorkommen, dass die dominanten Tiere, das Wort habe ich gesehen, dass die dominanten Tiere im Becken die anderen halt direkt strietzen und denen klar machen wollen, hey, das ist mein Revier, verpiss dich. Aber er kann sich ja nirgendwo hin verpissen. Er hat ja nur den Platz des Beckens. Und wenn man da dann nicht einschreitet, dann kann es da zu schweren Verletzungen oder im schlimmsten Fall auch zu Todesfällen kommen. Von daher kommt es natürlich immer darauf an, was hat man für Tiere. Also es gibt genug Tiere, da kann man einfach nicht mehr wie ein Männchen halten. Es gibt aber auch Tiere, da kann man mehrere Männchen halten, was so eine Faustregel ist. Wenn mehrere Männer, dann mindestens immer drei. Weil ansonsten, wenn man zwei hat, das stärkere Männchen haut so lang auf dem schwächeren rum, bis das irgendwann über den Jordan ist. Muss nicht sein. Also bei Malawis ist das so eigentlich die Grundregel. Klar gibt es da auch mehr aggressive oder auch weniger aggressive. Aber in der Regel ist das so eine Grundsache bei Malawis auf jeden Fall, bei vielen Tankanikos auch und allgemein bei Buntbarschen. Wenn mehrere Männer, dann immer eine größere Gruppe, dass sich die Aggression verteilen. Teilweise ist das aber auch wichtig, dass die Männchen sich gegenseitig hochstacheln oder sich so auch die Weibchen überhaupt animiert werden, dass wenn die Männchen hier Gas geben, dass die Mädels in Stimmung kommen beziehungsweise anfangen Eier zu entwickeln. Also teilweise auch nötig, aber immer mit einem wachsamen Auge wohlgemerkt. Okay, wir machen die Steine mal wieder rein. Muss natürlich jetzt vorsichtig sein. Es ist natürlich noch ein wenig trüb, aber das macht überhaupt gar nichts. Und bevor ich es wieder vergesse, hänge ich mal noch den Wasserschlauch ein, dass das Becken schon mal vollläuft mit Frischwasser. Und dann wird auch gleichzeitig das bisschen Dreck, was jetzt rumfliegt, auch wieder mit der Bewegung eher in die Filter gedrückt und dann ist auch schnell wieder klar. Ich zeige euch natürlich dann, wenn alles wieder klar ist, wenn alles drin ist, das Endergebnis natürlich noch. Und wenn wir das jetzt fertig gemacht haben, müssen wir natürlich noch gucken, wie viele Jungtiere waren es denn jetzt? Ich bin gespannt. Es waren nicht so viele, wie ich dachte, aber genug. Und die werden wir natürlich jetzt auch umsetzen, weil in diesem Becken habe ich nicht wirklich Platz für die. So, dann stützen wir das hier hinten noch und ich werde hier auch hingehen und werde die Steine drehen. Bedeutet, ich werde die Algenseite mal auf die andere Seite drehen, dass da einige Algen absterben und nicht zu viel werden. Die andere Seite wird wieder zu Algen. Das auf jeden Fall. Aber in einer gewissen Geschwindigkeit, dass das nicht mehr so viel sind und dass da auch ein bisschen was Futschi geht. Okay, die haben wir drin. Dann kommt jetzt noch mal ein schwerer Stein und den machen wir jetzt aber auf die andere Seite gedreht. Hier seht ihr die Algenseite. Und die Seite kommt aber jetzt ins Becken. Aber halt dieses Mal auf die andere Seite. Dass hier ein paar Algen weniger werden, dass das ein bisschen sauberer aussieht. Okay, das haben wir. Dann auch die Platte hier. Hier die Algenseite. Hier die Seite, die wir jetzt benutzen werden. Man könnte sie jetzt auch mit dem Hochdruckreiniger mal einmal richtig sauber fetzen. Aber sehe ich jetzt grundlegend nicht wirklich einen Sinn drin. Ist schon okay, wenn da ein bisschen Algen wachsen und das Ganze ein bisschen Biotop nachher dann ist und nicht so ein steriles Becken. So. Das Ganze hier hin. Dann noch eine Platte. Das wäre fast die Platte gewesen. Das werde ich natürlich versuchen. So ein bisschen. Es ist natürlich sehr viel blind. Kann sein, dass wir nachher nochmal ran müssen. Aber hier eine Struktur zu schaffen, dass wir genug Versteck und so weiter sind. Ich habe das schon so oft gemacht, dass ich jetzt ungefähr weiß, wie die Steine da hin müssen, dass das ein stimmiges Bild gibt. Aber ist natürlich ein bisschen extra schwierig, wenn man da nicht sieht. So. Die Steine mache ich ein bisschen von der Wand weg, dass ich hier hinten kein Viech irgendwie dahinter einquetschen kann, aber sich dahinten zurückziehen kann. Vorteil, er kann sich nicht quetschen. Nachteil, wenn du was rausfangen willst, wie gesagt, nur, wenn alle Steine raus sind. Und das muss man sich halt im Klaren sein. Das war ein bisschen zu mutig. Legen wir ihn so hin. So hält er. Und die letzten zwei Steine. Dann ist das Becken auch wieder voll. Jetzt kommt noch die Abdeckung drauf. Wenn es gleich voll gelaufen ist, aber zuerst gucken wir uns jetzt an, wie viele Jungfische haben wir denn abgefischt. Und dann zeige ich euch das Endergebnis. Los geht's. Dann lüften wir mal das Geheimnis. Und ja, es ist eng, wie man hört. Einen Kescher brauche ich noch. Wie viele Jungtiere haben wir denn abgefischt? Die haben teilweise eine stattliche Größe, beziehungsweise sind sogar schon Abgabe. fähig in der Größe. Das ist krass. Also der hier zum Beispiel, der hat schon eine Größe, den kann man direkt, kann man den hergeben. Das ist ein kleines Männchen. Hier haben wir einen. Hier haben wir ein kleines Weibchen, das könnte man so auch abgeben. Hier haben wir noch ein Weibchen. Das wäre direkt eine schöne Dreiergruppe, auch wenn man eher mehr Mädchen holen sollte. Aber zwei wären auch okay. Hier haben wir noch einen kleinen. Also sind wir bei vier. Fünf, sechs. Sieben, acht. Neun, zehn, elf. Zwölf, dreizehn. Fünf, zehn, acht. Und 19, 20, 21, 24, 24, 24, 24. Das hätten es ja auch 25 sein können, aber nein. Das sind 24. Und die setzen wir jetzt zu den kleinen Petricola. Da sind sie nämlich gut aufgehoben. Und zwar machen wir das wie bei den Petricola auch. Wir werden mit dem Messbecher hier reingehen. Das Wasser habe ich eben schon ein bisschen mit dem hier verschnitten und werden die hier unten schwimmen lassen. Da sind schon kleine drin. Und dann sollten die sich hier unten direkt unter das Volk mischen. Und die Elektras sollten nicht auf dumme Ideen kommen, dass sie mal versuchen könnten, hier einen anzunagen. Und wir lassen sie dann einfach jetzt hier schwimmen. Und dann können sie direkt in Deckung gehen. Man sieht, das läuft auch alles sehr, sehr entspannt. Nicht panisch, nicht hektisch. So soll das sein. Und jetzt können sie sich die neue Umgebung mal angucken. Wir werden jetzt natürlich erst mal so ein bisschen im Schwarm schwimmen und sich gegenseitig so ein bisschen Schwarmsicherheit geben. Und ja, dann eingelebt haben und später, heute Abend, kriegen sie dann auch was Treftiges zu beißen. So, und jetzt ist das Becken gerade voll. Jetzt zeige ich euch unser Endergebnis. Etwas trüb ist es natürlich noch, aber das ist unser Endergebnis. Muss noch ein bisschen aufklaren. Die Fische sind wieder unterwegs. Hab hier schöne Steinaufbauten wieder geschaffen. Und spätestens in einer Stunde zwei, wenn es Futter gibt. Und dann ist wieder alles vergeben und vergessen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist auch schon wieder lange genug und ihr bekommt jetzt die Abmut. Tschüss. So, Freunde. Das war es dann auch schon wieder mit diesem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Jetzt war es richtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Video positiv bewerten. Sehr gerne ein oder mehrere Kommentare schreiben, wenn ihr da was wissen wollt, was beizutragen habt oder auch ein Wunschthema habt. Ich lese mir das durch und vielleicht kommt dann bald euer Wunschthema hier auch auf den Kanal. Ansonsten könnt ihr sehr gerne mal diesen Kanal abonnieren. Vielen Dank für jeden, der es auch dort tut. Wenn ihr das getan habt, schaut gerne auch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nicht nur das Video von letzter Woche, sondern jede Menge Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt, wie zum Beispiel die Wege zu meinem Shop und auch noch andere Links. Vielen Dank, wenn ihr auch dort vorbeischaut und natürlich kennt ihr, findet ihr mich dort auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was euch beliebt und mir bleibt ansonsten nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns hoffentlich, klar, vielleicht im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge und ich bin raus hier. Tschüss. Ciao, take care. I can't do it. Bye, ich bin raus. Sorry, mich einfach socellem Ciỗ. achet ihr? Ich bin raus.